Warum schreibst du mit diesem Big Four Colors Stift? Ich nehme blau, wenn ich wie ich selbst schreiben will. Rot mit mehr Liebe. Schwarz mit mehr Intensität. Und Grün mit mehr Spaß. Wow, so einen Stift brauche ich auch. Der Big Four Colors Google Schreiber. Ein Stift für jede Seite von dir.